Hat Dennis das geschafft? Ich höre schon auf jeden Fall sein. Nein, noch nicht. Der muss ja erst wieder an dem verkackten Eingang da entlang. Oh ja. Das darf nicht wahr sein! Das darf nicht wahr sein! Nein, oh Mann, nein! Alter, da bin ich an dem Eingang vorbeigehuscht. Das ist doch zum Kürmelken, ey. Beats mit Tattoo-Kartuse-Ground. Boah, da kommt der Hardy, ey. Da hätte er mir fast einen mitgegeben. Alter, du bist so ein Fick-Mongo, wa? Das ist der Hammer. Ich wollte dich antworten. Du bist so ein Noob! Warum schafft das denn keiner von euch, ihr Behinderten? Ja, wir waren immerhin schon mal am Eingang, du Bobby. Ja, wie? Ich bin doch nicht einmal hergekommen, weil ich mich die ganze Zeit da runterschlagen habe. Ja, du hast mich ja noch kein Mal runtergeschlagen, oder was? Alter! Du Luder, ey! Du Luder, ey! Mal Abgang! Boah, das kann nicht wahr sein, ey! So sieht das aus. Aus deiner eigenen Medizin geschmeckt, ey. Einfach der Punch in den Sack. Fick dich, Harry. Fick dich einfach nur. Warte. Warte. Oh, Branden! Scheiße! Nein, wo bin ich denn jetzt hier hingefallen? Das ist so ein Rettungspunkt. Ja, der Rettungspunkt ist aber der Nippel deiner Mom. Oh, ja. Ja. Was, das ist ein Spastil? Lol, Hadi hat's geschafft. Nein! Nein! Fuck. Das ist doch zum Kotzen, ne? Das ist doch einfach zum Katzengröbsen. Fuck! Bäh! 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 Ich kann nicht noch mal. Soll ich ja ihn kompetent gestalten? Hast du geschafft? Na, du bist noch gar nicht da. Ach so, der Fall ist erst da oben. Der Schwierigste kommt ja noch. Ach ja, Lucci, ey. Ja, und jetzt? Ja, genau. Hä? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Das darf nicht wahr sein. Nein! Nein! Das ist doch scheiße! Was ist los? Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss. Du musst doch hoch. Ja, ich bin da oben gewesen, aber ich kann dann auch auf die andere Seite rüber, aber wo geht's da weiter? Was soll denn der Leiter folgen? Das ist doch echt nicht so schwer, der Leiter zu folgen, Hardy. Das ist doch echt nicht so schwer, der Leiter zu folgen, Hardy. Alter, da ist der Eingang. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Ich bin hier unten. Und jetzt? Du bist zu tief gefallen. Ne, du bist doch am Eingang. Ja, aber ich bin hier nicht richtig. Wo bin ich denn jetzt hier? Der ist einem zu tief gefallen. Wie, der ist denn nicht richtig? Du bist doch da direkt am Eingang. Ach, da! Ach, hier bin ich jetzt wieder. Ah, okay, interessant. Ich frage mich echt, wie man das macht. Versucht man das von oben? Versucht man das auf gleicher Höhe? Ach, das ist doch scheiße! Ach, die Eingang. Ich schlag dich nicht, Peter. Ist alles gut. Ist alles gut. War nicht geschafft. Doch, Peter hat's geschafft, oder? Ne, ne. Ich bin auch wieder nicht in den fucking Eingang vorbeigekommen. Das ist doch scheiße, Leute. Ich check das nicht, da muss man doch irgendwie... Ich weiß auch nicht, wie. Ich weiß auch nicht, was das Beste ist. Das ist echt... Scheiße, oh Mann, jetzt darf ich das nochmal machen, ey. Nein. Na. Hat dir das ganze weggefallen? Jo. Nein! So eine Scheiße! Der ist eh grad nicht in Schlaglaune. Ich dachte, irgendwie muss man das doch machen können, ne. Nein! An der Leiter vorbei! Haha. Welcher Leiter denn? Der, an der deine Mama immer hängt. Wenn die festgebunden werden und hart genagelt. Das ist ne Flasche. Ach, komm, leck mich am Arsch! Dann hatte ich's mal am Ende auch so... Ja, du hast es gut verstanden. Ja, das war richtig geil. Letztes Mal baue so, frau, war deine Mama mit dabei. Ja, nochmal geil. Ja, die ist von Willem und Hilger richtig geil gemolken worden. Hahaha. 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 Boah, Alter. Die Map, die schmrotzt mich so an, ne. Hahaha. Ich will jetzt jemanden schlagen, war Hadi, wenn du jetzt kommst, kriegst du eine mit. Ach, ne. Willst du jemanden schlagen? Nicht schon wieder. Schlagen, ja. Es ist noch so lang bis 12 Uhr, das find ich scheiße. Ja, wir können ja gleich noch ne Runde MW2 zocken. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Gerade Pilzer. Ja, echt mal. Pilzer hat unsere Dance-Kanone. Okay, wie komm ich, wie komm ich da rein? Nein! Nein! Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Naja. Oh Gott. Ach, Brami. Was denn? Schlagt ihr euch da gerade gegenseitig wieder? Nein. Ne. Erfolgen dich. Hier muss es doch jetzt verbieten. Jawoll! 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 Das ist ein Scherz. Das hat Hadi ja richtig geschafft. Ja, richtig. Weil ihr ganzen, weil ihr Loops mich die ganze Zeit geschlagen habt, ja? Leute, ich hab das noch gar nicht geschafft. Das ist doch gar nicht vorbei hier. Das ist ein Scherz, oder? Echt nicht? Ne. Hadi, wie hast du das gemacht? Ohne Witz. Hast du dich von hier oben fallen lassen oder bist du auf der Leiter gewesen? Nein! Nein! Ich will nicht mehr! Ich will nicht mehr! Das kann nicht wahr sein, ey. Mama! Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Irgendwie bist du auf den Leitern schneller als ich. Wenn du dran kommst. Das kann echt nicht wahr sein. Das ist doch richtig assi. Jetzt hab ich es geschafft. Oder? Hab ich es jetzt geschafft? Hab ich es jetzt endlich geschafft? Jawoll! Da 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 da! Da da da! Da da da! Da da da! Wie hat er das gemacht? Da 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 da! Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das interessiert mich auch. Ja. Ich hab doch gesagt, wenn ihr Bobbys mich nicht die ganze Zeit runterschlagt, dann zeig ich euch wie das geht. Weil ich einfach den Skill hab, ja? Hast du das von der Leiter gemacht oder bist du von oben gefallen? Ja. Das würd's jetzt gern wissen, oder? Ein Zauberer verrät seine Geheimnisse nicht, Peter? Ich will euch gerne, ehrlich gesagt, möchtet ihr euch gerne auch ein bisschen leiden sehen. Vor allen Dingen, Dennis. Warum mich? Ja, weil du mich die ganze Zeit da runtergeschlagen hast, ja? Das stimmt ja gar nicht. Ja, das stimmt ja gar nicht. Ja, wenn du nämlich nicht schlagst, dann schlafe ich das auch. Boah, Dennis. Da hast du aber auf Fresse gekriegt. Ja, aber ich bin gerade mit dem richtigen Stück Bad gelangen. Ja, komm, Dennis. Ich will jetzt was sehen. Komm schon, komm schon. Ja, komm. Zeig es mir, zeig es mir, zeig es mir, zeig es mir. Boah, bist du geil. Das war jetzt natürlich nicht so pralle, ne? Ne, das war echt nicht so pralle. Ne, das war ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Also, das war echt scheiße von dir. Weil du scheiße bist. Wir mussten doch vorhin schon mal eine Etage tiefer springen. Ja. Das war doch auch auf gleicher Höhe quasi. Und das hat irgendwie auch kein Problem verursacht. Ich verstehe das nicht. Ne, auf jeden Fall. Ach, halt dein Maul, Adi! Das hat wahrscheinlich nur Lack. Hast du das rückwärts gemacht? Ne, oder ne? Ja, ich hab das rückwärts gemacht und ich hab mich im Sprung noch gedreht. Weißt du, so dreimal um die Reindachse. Und hast du aber jemandem einen Headshot gegeben. Ja, genau. Und du musst dabei alle mal achal mal achal mal achal mal schreien. Fuck, ey. Sonst schaffst du das nicht. Weil ihr seid so Bobbys, weil ihr seid so schlecht. Ach, macht das Spaß, die kleinen Homos. Ach, ja. Ach. 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 Ich hab's mir mit anzusehen, ey. Wuuuuh. Ich bin der Peter und ich versuch's jetzt. Aber schaff es nicht. Piercing! Elon. Boah, Dennis hat das aber ärgerlich, wenn man soweit runterfällt. Boah, das muss ich jetzt schon machen. Wann hat ihr das zuerst geschafft? Wuuuuh. Jaaaa. Boah, ich hab's nicht. Oh, Peter. Oh, Peter ist in dein Level gestiegen. Hast du denn Shift gedrückt oder nicht? Ja, was denkst du, woher ich gemacht hab? Shift gedrückt. Ja, das war halt was mal nicht so genau, oder? Vielleicht habe ich das, vielleicht habe ich das aber auch nicht. Das passiert, wenn man einen Schiff loslässt. Ah, schön. Oh, Peter, scheiße, ist das ärgerlich, ey, legt mir die Knutschis. Das geil ist, dass Hadi so viel Lack hatte, dass er wahrscheinlich das zweites Mal schafft. Ich probiere das jetzt mal kurz. Ne, ich mach das nicht. Ne, 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 ich werde das gleich nochmal probieren. Ich probiere das jetzt nochmal. So. Ah, ich komm zu, wie alt! Ne, ne, Peter. Scheiße. Oh Mann, ey, wieso muss da immer so ein Scheißteil bei sein, wo ich häng? Wo ist denn der Brammen gerade? Ach, da unten. Schön. Na komm, Peter, jetzt mach's mit mir, aber mach mit mir. Komm schon. Ich weiß nicht, welche Taktik ich sonst noch probieren soll. Komm, komm. Ja, probier's aus. Ja, ja, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, schade. Was ist denn loslaufen? Ah, doch, ich halt los. Was ist denn wild? Los, ich seh. Nix. Egal. Das ist echt ein Fluch wenn Hardy der erste ist. Ach, Mösentanz und Rubbelstrahl. Ah, die Smar war gestern im Bett nicht so genial. Oh, Peter. Ja. Passiert, wenn man Schiff loslässt. Boah, Hardy, ey. Ah, ist das schön. Hardy ist ein kleiner Rubbelkopf. Schamhaare über den Augen. Fuck. So lieben wir ihn. Oh, Hardy, ich bin das Level 39. Gib mal Gas, ey. Ja, ich bin schon 48. Ah, Hardy hat mir voll bevorzugt. Alter. Juhu. Hahaha, das ist jetzt nicht unkonzentriert. Ich glaube, du hast erstmal Zeit für mein drittes Red Bull jetzt, oder? Jetzt schon. Hahaha, ich bin drauf. Oh, ich seh nichts. Nein. Ich seh nichts. Ach, deine Mutter sieht auch nichts, ey. Die sind... Tut mir leid, das waren echt zu wenig. Ich konnte alles noch sehen. Im Grunde ist ja der Mann übrigens mal sagen, dass die mich demnächst beim Blasen angucken soll, ey. Ist doch voll scheiße, wenn die mal weg guckt. Oh, furchtbar leid. Die ist immer, damit sie kräftig ihre Zähne zu reinigen, wenn die dann Zahnsockabkenntnisse in den Mund nimmt. Ach, ja. Touché. Nee, nix, touché. So, womit könnte ich euch denn noch nerven? Das Geräusch geht mir so ziemlich auf die Eier. Was könnte ich denn noch machen? Irgendwann wird euch nerven. Was gibt mir denn noch? Oh. 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 Oh.